Hallo, mein Name ist Fritz Spohn von Spohn Motivation. Ich freue mich, dass Sie zuschauen. Ich habe Techniker sehr gerne, weil ich selbst eigentlich Techniker bin. Ursprünglich habe ich Elektrotechnik, Starkstromtechnik studiert und bin dann in den Verkauf gekommen. Im Verkauf habe ich also bemerkt, dass ich überhaupt nicht verkaufen kann und deswegen liegen mir Techniker sehr am Herzen. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich den Sprung geschafft habe vom Techniker sein zum Verkäufer. Wenn man heute Verkäufer oder Verkäufer fragt, was sie von der technischen Abteilung halten und die Techniker fragt, was sie von den Verkäufern halten, dann sieht man, dass hier immer ein gewisses Konfliktpotenzial ist. Die Techniker sagen, ja was habt ihr denn jetzt wieder für Sonderwünsche und Spezialwünsche? Mein Gott, man kann ich überhaupt nie zufriedenstellen und so schnell wollt ihr das haben, können wir gar nicht machen. Und die Verkäufer sagen dann, ja ihr seid langsam und widerwillig und murrt immer, wenn wir mit einem neuen Auftrag kommen und meckert herum an den Details. Also es gibt hier ständigen Konflikt, ständiges Konfliktpotenzial und das stört einfach in einer Firma eigentlich gewaltig. Und die Tatsache, einfach Techniker dazu zu bringen, ein bisschen wie auch Verkäufer zu denken, hilft enorm. Auch ist es natürlich ein enormes Potenzial, einfach mehr Umsatz zu machen oder mehr Gewinn zu machen, weil die Leute glauben eigentlich mehr den Technikern oder den Leuten in der Werkstätte oder die Leute, die am Produkt oder an der Dienstleistung arbeiten, die an Entwicklungsingenieuren oder Softwareingenieuren, denen glauben sie, wenn die sagen, ja, also ich meine, sie sind sicherlich in irgendeine Werkstätte mal gegangen und haben dann Autowerkstätte zum Beispiel, haben den Werkstattchef gefragt, welches Auto sie sich kaufen sollen. Und wenn der Werkstattchef dann sagt, nehmen Sie nicht den 1600er, nehmen Sie lieber den 1400er, dann hat das ein starkes Gewicht. Die Herausforderung ist also auch das technische Personal oder das Personal, das nicht direkt im Verkauf steht, aber doch irgendwie mit dem Verkauf oder Publikum zu tun hat, ebenfalls zu schulen. Und da ist das außergewöhnliche Verkaufsseminar, das zweitägige außergewöhnliche Verkaufsseminar ausgezeichnet. Das hilft natürlich auch gestandenen Verkäufern, aber wie auch Neulingen oder auch Technikern. Ich muss zugeben, in den letzten Jahren waren, ich würde sagen, 80 Prozent der Teilnehmer niemals wirkliche Verkäufer, sondern es waren Geschäftsführer, Architekten, Mitarbeiter, Leute, die eigentlich auch etwas vom Verkauf verstehen sollten. Ich habe in einer Firma Leute gefragt oder Techniker gefragt, was sie vom Verkaufen halten. Und die haben ein saures Gesicht gemacht und haben gesagt, oh Gott, die wollen mich ja, die Verkäufer wollen einen ja nur über den Tisch ziehen und alle diese negativen Dinge. Allein wenn man das Wort Verkauf in den Mund genommen hat, da haben sich schon alle Haare aufgestellt. Und so sollte es natürlich nicht sein. Wir wollen gerne, dass auch Techniker oder das andere Personal einfach gut über den Verkauf denkt. Und interessanterweise kann man in zwei Tagen den Mitarbeitern oder den Technikern tatsächlich die Grundlagen über den Verkauf vermitteln. Wobei es sich nicht um 0815 Dinge handelt, sondern was sind wirklich die entscheidenden Dinge, um zu verkaufen. Wie geht man mit Einwänden um? Muss man kämpfen? Muss man gegen argumentieren? Nein. Muss man reden wie ein Wasserfall? Nein. Muss man lieber schweigen? Ja, wäre nicht schlecht. Auf jeden Fall, weniger ist mehr. Man muss die richtigen Fragen stellen können und das gehört geübt. Man muss den roten Faden kennen. Man muss eine Idee haben, was sind die Grundlagen im Verkauf. Und eigentlich ist es eine sehr spielerische Angelegenheit, wenn man weiß, wie man verkauft. Und Techniker, die ich geschult habe oder die auf den Seminaren sind oder Leute, die gar nicht vom Verkauf sind, haben eine völlig andere Meinung nach dem Seminar über den Verkauf, sind eigentlich recht begeistert, dass sie das jetzt auch können. Es ist eigentlich viel leichter, einen Techniker zu schulen, zwei Tage zu schulen auf Verkauf und ihm Verkaufen beizubringen, als einem Verkäufer die Technik beizubringen. Weil ein Techniker hat vielleicht jahrelang studiert und so schnell kriegt man die Technik gar nicht in einen Verkäufer rein, der keine Ahnung hat. Am besten wäre natürlich jemand, der von beiden gleich viel weiß. Aber das ist gar nicht so einfach, so eine Person zu finden. Also nimmt man die Techniker, bringt sie dazu, auch etwas vom Verkauf zu verstehen und die Verkäufer schult man ebenfalls und dann sprechen die die gleiche Sprache. Wenn Sie also zum Kunden gehen, macht der Techniker oder der Verkäufer in den Augen des anderen dann nichts falsch. Sie reden die gleiche Sprache. Das ist wirklich großartig. Also wenn Sie etwas Gutes tun wollen, schicken Sie Ihren Mitarbeiter oder sich selbst auf das außergewöhnliche Verkaufsseminar. Ich würde mich sehr freuen. Mein Name ist Fritz Schwohn, Schwohn Motivation. Vielen Dank. Vielen Dank.